Silvia Wollny, ihre grausame Kindheit. Nicht nur im Erwachsenenalter, auch als Kind hat Silvia Wollny schon großes Leid erfahren müssen. Sie offenbart, dass sie ihren leiblichen Vater nie kennenlernen konnte und unter häuslicher Gewalt litt. Und auch am toten Bett meiner Mutter, wo sie mir im Endeffekt in letzter Minute sagt, dass mein Vater nicht mein Vater ist. Ich kriege einfach ein Bild hingelegt, hier ist ein Amerikaner, den wirst du sowieso nicht finden. Die Geschwister wussten es alle. Da weißt du auf einmal wieso du für alles bestraft worden bist, warum du Prübel bekommen hast. So Silvia. Zu ihren Geschwistern habe sie heute keinen Kontakt mehr. Wer ist Silvia Wollny? Silvia Wollny ist am 5. Februar 1965 in Neuss geboren und eine bekannte TV-Persönlichkeit. Vor allem ihr legendärer Ruf nach ihren Kindern machte sie zu einer Kultfigur des deutschen Fernsehens. Steckbrief. Beruf. Hausfrau. Reality Star. Geburtstag. 5. Februar 1965. Sternzeichen. Wassermann. Größe. 180 cm. Haarfarbe. Blond. Augenfarbe. Blau. Ex-Partner. Harald Elsenbast. 2014. Dieter Wollny. Bis 2012. Kalanta Wollny macht Gewalt in der Familie öffentlich. Als wäre all das nicht genug, meldet sich dann auch noch Kalanta Wollny zu Wort. Sie hat sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, ist auch kein Teil der Sendung Die Wollny ist, eine schrecklich große Familie mehr. Dass sie ihr Kind Katalia bei Oma Silvia lässt und sich so gar nicht mehr zeigt, sorgte bei den Fans für Unmut. Allerdings hat Kalanta mittlerweile mitgeteilt, weshalb sie sich zurückgezogen hat und der Grund ist erschreckend. He, ich bin Kali, ich bin 21 Jahre alt. Ich habe schon sehr viele schlimme Dinge in meinem Leben mitgemacht, beginnt sie ihren herzzerreißenden Post. Sie sei ausgegrinst und gemobbt worden, in der Schule wurden mir die Daumen mit Rasierklingen aufgeschnitten. Doch es kommt noch schlimmer. Mit neun Jahren musste ich mit ansehen, wie meine Mutter fast vor meinen Augen stirbt und in einen Leichensack gepackt wurde. Immer wieder spricht sie von einem bösen Mann. Der böse Mann hat mich uns geschlagen. . Einen Maulkorb tragen wir dazu auch noch, heißt es weiter. Wer ihr und ihrer Familie das Leid zugefügt hat, das verrät Kalanta nicht. Silvia Wollny verlor gleich mehrere Kinder. Das ist jedoch nicht die einzige Tragödie, die Silvia Wollny im TV-Container öffentlich macht. Auch wenn sie als Elffach-Mama mehr als allerhand zu tun hat, wären eigentlich noch mehr Wollnys auf die Welt gekommen. . Ich hatte nochmal Zwillinge, aber die wurden im siebten Monat bösartig entfernt. . Ein kleiner Tritt in den Bauch gibt dir alles. Ich bin halb verblutet im Badezimmer und deine anderen Kinder sehen das? . So Silvia Wollny bei BBB 2018. Doch damit ist das tragische Schicksal noch immer nicht besiegelt. Auch Silvias Tochter Sarajin hatte eigentlich eine Zwillingsschwester, die allerdings im Alter von nur drei Monaten verstarb. . Deshalb trägt Sarajin auch als einzige Wollny-Tochter einen Doppelnamen. Ihr Zwillingsschwester hieß Jane. . TV-Anfänge von Silvia Wollny. . Das RTL 2-Format Die Wollnys. Eine schrecklich große Familie war der Durchbruch für Silvia Wollny und ihre Kinder. . Familie Wollny wird seit über zehn Staffeln von einem Karma-E-Team begleitet. In der Reality-TV-Show wird seit dem 17. . Januar 2011 der Familienalltag der Wollnys mit allen Höhen und Tiefen gezeigt. Die Großfamilie Wollny lebt in einer umgebauten Gaststätte in Rathheim. . Der aufwendige Umbau wurde vom Fernsehteam begleitet. Heute sind die Familienmitglieder richtige TV-Stars. Silvia Wollny konnte sogar in der Schlagerbranche Fuß fassen. . Das Familienoberhaupt wirkt auf viele Fans mit ihrer direkten Art auf den ersten Blick etwas rau, doch im Laufe der Zeit wird jedem Fan klar, dass Silvia Wollny ein großes Herz hat. Der Zusammenhalt der Großfamilie macht die Sendung aus und wird immer wieder thematisiert. Besonderes Highlight während der Dreharbeiten war die Hochzeit von Sarah Fener Wollny und ihrem Peter. Am 13. Juli 2019 gaben sich die beiden vorlaufenden Kameras das Ja-Wort. Die Wollnys erlangten mit ihren ungewöhnlichen Namen besonders viel Aufmerksamkeit. . So heißen die Kinder von Familienoberhaupt Silvia Wollny. . Mama Silvia Wollny hat insgesamt elf Kinder, die aber nicht alle in der Doku auftauchen. . Ihre Kinder heißen Loredana, Estefania, Kalanta, Sarah Jane, Lavinia, Jeremy Pascal, Sarah Fener, Silvana, Jessica, Patrick und Sascha. Jeremy Pascal, Jessica, Patrick und Sascha spielen in dem Reality-TV-Format keine Rolle. . Auch Kalanta hat sich vor einiger Zeit zurückgezogen. Der Rest der Bande lebt mit Familienoberhaupt Silvia Wollny und ihrem Partner Harald Elsenbast unter einem Dach. . Hinzu kommen noch Silvanas Kinder Selina Sophie und Anastasia und ihr Mann Florian Köster, Sarah Finasmenbeter, die Zwillinge Omari und Casey. . Kalantas Tochter Katalea sowie Loredanas Sohn Aurelio. Bei den Wollnys ist immer etwas los. Sohn Jeremy Pascal brach den Kontakt zu seiner Familie nach der Trennung seiner Eltern ab. . Dieter und Silvia Wollny, Ehe aus nach 28 gemeinsamen Jahren. . 2011 wurde die erste Staffel von die Wollnys, eine schrecklich große Familie auf RTL 2 ausgestrahlt. . Die Doku-Serie zeigt das Leben der Großfamilie Wollny, die anfangs aus Dieter und Silvia sowie ihren acht Kindern Silvana, Kalanta, Sarah Jane, Sarah Finna, Estefania, Loredana, Lavinia und Jeremy Pascal bestand. . Die erwachsenen Kinder Jessica, Sascha und Patrick traten schon in Staffel 1 kaum bis gar nicht in Erscheinung. . Ende 2012 kam es zu einem großen Bruch, die die Ehe von Dieter und Silvia Wollny fand in jehens Ende. 28 Jahre waren die beiden ein Paar, erst im Oktober 2011 hatten sie sich das Ja-Wort gegeben. Silvia behauptet, dass der Vater ihrer Kinder eine Affäre hatte. Dieter Wollny selbst wies diese Anschuldigung lange von sich. . Gegenüber Bild gab das einstige Familienoberhaupt der Wollnys später aber zu Doppelpunkt Punkt Ja, ich habe eine neue Partnerin. Meine Beziehung zu Silvia bröckelte schon lange. Wenn alles in Ordnung gewesen wäre, hätte ich mich nie auf Manuela eingelassen. Manuela L. aus Leverkusen hatte Dieter Wollny im TV gesehen und war sofort hin und weg von ihm. . Die dreifache Mutter nahm Kontakt zu dem TV-Star auf. Es kam zu Chatnachrichten, Telefonaten, irgendwann folgte das erste Treffen. Die beiden verliebten sich ineinander. Zwischen den elffachen Eltern hingegen entfachte ein Rosenkrieg. Silvia Wollny reichte sofort die Scheidung ein, die 2014 rechtskräftig wurde. Ihren vorläufigen Höhepunkt fanden die Auseinandersetzungen der ehemaligen Eheleute in einem Rechtsstreit. . Dieter Wollny wollte die Ausstrahlung weiterer Staffeln der Familienfanseh-Serie verhindern, was ihm jedoch nicht gelang. Während die Wollnys seit 2016 wieder im TV zu sehen sind, ist es um Dieter ruhig geworden. Mit seiner Familie hat er längst abgeschlossen. Vor seinem Rückzug betonte er Doppelpunkt Punkt Ich bin kein Wollny mehr. Im April 2014 haben Silvia und Dieter ihre Scheidung offiziell verkündet. Seitdem ist Dieter Wollny von der Bildfläche verschwunden, zusammen mit einer Frau. Viel ist über die neue Frau an seiner Seite nicht bekannt. Sie heißt Manuela und soll durch das TV-Format auf den Familienvater aufmerksam geworden sein. Harald Elsenbast, Silvias große Liebe 2014 tauchte Harald Elsenbast auf der Bildfläche auf. Punkt Das erste Kennenlernen Die spannende Dating-Face oder der nervenaufreibende Umzug In der RTL 2 Doku Die Wollnys Eine schrecklich große Familie wurde die Liebesreise von Silvia Wollny und Harald Elsenbast dokumentiert und die Fans konnten an Silvias Liebesglück, nach der Trennung von Dieter Wollny, teilhaben. Seit dem 13. Februar 2014 sind Harald und Silvia offiziell ein Paar. Seit November 2018 sind die beiden Turteltauben verlobt. Seit dem Beginn der Beziehung ist Harald Elsenbast auch eine Vaterfigur für Silvana, Sarah Fina, Lavina, Sarah Jane, Kalanta, Estefania und Loredana und unterstützt seine große Liebe Silvia, wo er nur kann. Gewaltverwürfe, Morddrohungen und Co. Was ist wirklich hinter den Kulissen passiert? 2013 veröffentlichten Dieter Wollny und Jessica Birkenheuer ein Enthüllungsbuch über ihre verstoßene Familie. In die Wollnys Die ungeschminkte Wahrheit ist von Gewalt, Betrug, Leid und illegalen Machenschaften die Rede. Punkt Auch behauptet Dieter Wollny, dass ein Auftragskiller auf ihn angesetzt wurde. Zeitweise sei er deshalb nur mit einer schusssicheren Weste aus dem Haus gegangen. Via Facebook äußerte Silvia Wollny damals dazu Doppelpunkt Ich lach mich gerade kaputt, auf Dieter soll ein Auftragskiller angesetzt worden sein. Dieter, du bist die größte Lachnummer, die es auf Erden gibt. Der muss ja Geldnot haben, dass der Sohne es sie jetzt schiehe macht. Dieter, über dich kann man sich nur noch wundern und kaputt lachen. Punkt 2014 erschien ein weiteres Enthüllungsbuch. In die Wollnys Die ungeschminkte Wahrheit 2.0 Jenseits von Gut und Böse rechnet Autorin Katja Schneid mit Familienoberhaupt Silvia Wollny ab. Punkt Schneid, die sowohl Dieter als auch Silvia Wollny persönlich kennt, bezeichnet die Fernsehserie. Die Wollnys als TV-Lüge In Wahrheit besteht das Leben der Wollnys laut Schneid aus Betrug. Gewalt, Drogen, Verleumdungen und Lügen Aus einem Anwaltsschreiben, das in dem Buch veröffentlicht wurde, geht zudem hervor, dass Jessica Birken heuer nicht Dieter Wollnys leibliche Tochter ist. Die Wollnys Jeremy Pascal Wollny teilt Erinnerung an Dieter Wollny. Die Wollnys sind Deutschlands wohl bekannteste Großfamilie. Seit über zehn Jahren lassen Silvia Wollny, 58, und ein Großteil ihrer Kinder die TV-Zuschauer an ihrem Leben teilhaben. Doch während die elffache Mama zu ihren Töchtern Loredana, 19, oder Sarafina Wollny, 27, ein enges Verhältnis pflegt, hat sie zu ihrem Sohn Jeremy Pascal Wollny, 26, heute keinen Kontakt mehr, im Gegenteil. Nach der Trennung von Silvia und Papa Dieter Wollny schlug sich der 26-Jährige damals auf die Seite seines Vaters und stieg auch aus der RTL 2-Doku aus. Noch vor knapp drei Jahren plante er sogar, über seine Mutter und die übrigen Wollnys auszubacken und ließ in der Öffentlichkeit kaum ein gutes Haar an seiner Familie. Die Wollnys Nach dem TV aus Gehen Sie jetzt in TV-Rente? Bitteren News für alle Wollny-Fans Vorerst laufen keine neuen Folgen ihrer Sendung im TV Wird es überhaupt eine weitere Staffel geben? Seit einigen Tagen müssen die Wollny-Fans ohne ihre Lieblingsfamilie auskommen Am 15. November flimmerte die letzte Folge über die TV-Bildschirme Im Staffelfinale brachte Sarah Finai endlich ihr drittes Kind-Hob-Angel Silvia in einer Privatklinik in Mana VGA, Türkei, auf die Welt. Weder Oma Silvia noch ihr Mann Peter durften wegen der damaligen Corona-Regeln bei dem Kaiserschnitt dabei sein. Dementsprechend groß war die Freude, als Sarah Finai und Hob endlich nach Hause kamen. Mit einer großen Überraschungsparty wurden Mutter und Kind gebührend in Empfang genommen. Doch wie geht es weiter? Große Sorge, werden die Wollnys abgesetzt? Auf die Antwort müssen die Fans wohl noch einige Zeit warten. Wann die neue Staffel startet, wurde von Sender RTL 2 noch nicht bekannt gegeben. Und auch sich Silvia, Sarah Finai und Co. haben sich via Social Media noch nicht dazu geäußert. Einige Fans befürchten bereits, dass die Sendung gar nicht weitergeht. Schließlich befinden sich die Quoten seit einiger Zeit im Singflug. Die im Frühjahr gesendeten Episoden landeten in der klassischen Zielgruppe nur bei rund 5% und waren somit schwächer unterwegs als vorherige Ausgaben, berichtete das Medienmagazin DWDL kürzlich. Doch das letzte Wort ist bisher noch nicht gesprochen. Die Fans werden sicherlich alles dafür tun, dass die Wollnys auch weiterhin auf Sendung bleiben. Genügend spannende Geschichten gäbe es auf jeden Fall zu erzählen. Sarah Finai und Peter bauen das Haus in Rathheim um, Loredana und Servet wollen heiraten und Estefania bastelt weiter an ihrer Musikkarriere. Hoffentlich werden sie dabei auch mit der Kamera begleitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020